Das will doch durchdacht sein, so ein Wort. Was also hat die Tatsache, dass man in einer Kneipe arbeitet, mit Lebensinhalt zu tun? Das ist doch der letzte Scheiß. Man lebt einfach und erfreut sich dran. Das reicht doch völlig. Nein, wie kann man sich denn überein, um das Wort zu aufregen? Jedenfalls ist es kein vernünftiger Beruf. Man kann nicht nur in einer Kneipe arbeiten. Aha, da kommen wir der Sache doch schon näher. Man kann also nicht nur in einer Kneipe arbeiten. Wieso kann man denn nicht nur in einer Kneipe arbeiten? Vielleicht sind wir ja diejenigen, die den Lebensinhalt in Leute reinfüllen. Mund auf, Lebensinhalt rein, fertig. Oh, es ist ja jetzt ganz schön primitiv. Also entweder gibt es einen Lebensinhalt, den man oben reinfüllen kann. Und das soll dann auch was zu saufen sein, oder den, der unten rausläuft, ja? Die Zeit, genau. Aber sieh es mal so. Wenn du besoffen bist, läuft die Zeit langsamer. Nein, die läuft schneller. Schwind um dich rum, alle schnell abläuft, weil du besoffen hast. Und deshalb, weil hier drehen im Kopf, wenn dir die Zeit langsamer abläuft. Das ist totaler Quatsch, genau umgekehrt. Das ist richtig.